Toe Poopers' Texas Chainsaw Massacre 2 ist für mich ein echtes Kuriosum. Der Film wird verkauft als Horror-Komödie, bietet auch einige zum Schmunzeln einladenden Elemente wie Bill Moseley als Beetlejuice-Imitator Jogtop, aber ich muss trotzdem dazu sagen, dass der Film dieses komödiantische Element nicht kontinuierlich durchzieht. So selten, wenn der Film wirklich zum Schmunzeln einlädt, vergisst man zwischendurch schon wieder, dass es eine Komödie sein soll und in der sonstigen abgefahrenen, skurrilen Atmosphäre des Films wirken manche von diesen komödiantischen Anstrichen dann sogar eher deplatziert. Der Film hat großartige Effekte von Tom Savini, Dennis Hopper als durchgeknallter Cop spielt seine Rolle großartig, die ganze Bande rund um Leatherface ist interessant, abgesehen davon, dass für mich Leatherface in dem Film deutlich zu kurz kommt und viel, viel, viel zu sehr Zeit der Film dem für mich nervigen Jobtop-Feedment. Der Film ist auf keinen Fall so spannend, auf keinen Fall so atmosphärisch wie der erste Teil, kann unmöglich damit verglichen werden, aber er ist zumindest skurril, eigenständig und irgendwie interessant genug, um das Anschauen auch für Fans des ersten Teils zu rechtfertigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ... Untertitelung des ZDF, 2020